Der Nachfolger des BMW M2 Coupé wird gerade auf der Motorschau in Peking vorgestellt und hört auf den Namen M2 Competition. Der M2 Competition hat zwar mindestens genauso dicke Backen wie sein Vorgänger. Die wesentlichen Änderungen spreche ich hier kurz an. Besonders eigenwillig sind die neu gestalteten Außenspiegel im neuen M-Design. Im Victory Format glänzen ein die neuen Nieren formatvoll im Rückspiegel in Hochland schwarz an. Der 3 Liter Rhein 6er empfiehlt sich mit seinen 302 kW 410 PS, die zwischen 5.250 und 7.000 Umdrehungen zur Verfügung stehen. Bereits ab 2350 Touren stemmt der stramme Sechser sein maximales Drehmoment von 550 Nm. Dank Schmiedetechnik fallen die neuen 19 Zoll Alu-Räder besonders filigran aus und lassen den Blick auf die Hochleistungsbremse offen. Sunset Orange und Hockenheim Silber sind die neuen Trendfarben.